Liebe Freunde! Ich bin's wieder, eure Flora. Die traurige Geschichte geht weiter. Am Abend des 11. März 1938 trat Bundeskanzler Schuschnigg zurück, mit den Worten, Gott schütze Österreich. Am 12. März 1938 marschierten Hitler truppen kampflos in Österreich ein. Am 13. März 1938 traf Hitler in Linz ein und am 15. März 1938 meldete Adolf Hitler auf dem Heldenplatz in Wien vor der Geschichte den Eintritt der Ostmark in das Deutsche Reich. Österreich hatte aufgehört zu existieren und war als Ostmark ein Teil Nazi Deutschlands geworden. Karl Weber schreibt, Im März 1938 kamen für uns aufregende Ereignisse. Am 9. März 1938 waren schon Gerüchte im Umlauf, dass sich in Regierungskreisen etwas tut. Am 10. März kam ein Befehl von der SA-Führung, das um 5 Uhr nachmittags jeder SA-Sturm, einen Propagandamarsch durchzuführen hat. Mit einem Siegheilruf marschierten wir los. Der Marsch führte über Strebersdorf, Frankenau, Mutschen und kroatisch Geresdorf wieder nach Lutzmannsburg zurück. Der Umbruch war erfolgt, der Anschluss vollzogen. In den Sommermonaten 1938 wurde die Feuerwehr zu drei Einsätzen alarmiert. In Lockenhörs brannte ein Sägewerk, in Unterpullendorf vier Scheunen und in Ungarn zwei Häuser und sieben Scheunen. Das Bundesland Burgenland wurde mit Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. Oktober 1938 über die Gebietsänderungen in Österreich aufgelöst. Die vier nördlichen Bezirke Neusiedel, Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf wurden an Niederösterreich angeschlossen und bildeten mit diesen zusammen den Reichsgau Niederdonau. Die drei südlichen Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf kamen zur Steiermark und bildeten mit dieser zusammen den Reichsgau Steiermark. Im Burgenländischen Feuerwehrmuseum habe ich herausgefunden. Mit der Auflösung des Burgenlandes endete auch die Tätigkeit der Feuerwehren auf gesetzlicher Grundlage. Landesfeuerwehrkommandant Strobl und die Führungsspitze wurden vom Feuerwehrdienst enthoben. Und die Freiwillige Feuerwehr Lutzmannsburg hieß immer noch so. Der Name Feuerschutzpolizei war hier nicht üblich. Am 17. März 1938 wurde die Währung wieder geändert. Aus Schilling waren Reichsmark geworden. Liebe Freunde! Wir sind am Ende der fünften Staffel angelangt. Bleibt mir treu, es wird noch spannend! Bis zum nächsten Mal! Eure Flora 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 Untertitelung des ZDF, 2020